Na Milo, findest du was lecker? Lecker-handsam? Lecker! Die sind lecker, ne? Schön auf deinem Sonnenbrett hier, ne? Ja. Ja, Moment. Die dachten, die Nachbarn, die reden auch mal. Ja. Und Häubchen goren von unseren Besuchertauben im Hintergrund. Hm, jetzt sind sie ruhig. Okay. Jetzt sagen die Hühner auch noch was. Okay.